Wenn wir uns den Pro 6 einmal von oben bzw. vorne anschauen, dann fällt uns direkt dieses koaxiale Design auf. Wir haben als Design eine Punkt-Audioquelle und dadurch, dass dieser Hochtöner hier direkt über dem Tieftöner liegt, haben wir eine extrem gute Phasenkohärenz. Hi und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf unserem Elevator YouTube-Kanal. Heute soll es um Studiummonitore von Presonus gehen, nämlich die neue Iris-Serie. Die ist jetzt gerade erschienen und hat uns ziemlich überrascht. Was die so kann und welches Modell für welchen Zweck am besten geeignet ist und was die einzelnen Modelle so drauf haben, das erfahrt ihr nach dem Gear-Porn. Presonus hat mit der Iris-Serie einige neue Modelle an Monitoren auf den Markt gebracht. In vielen verschiedenen Größen und für verschiedene Zwecke sind nun also Monitore erschienen. Wir haben jetzt mal drei verschiedene ausgesucht. Einmal als Paar hier das Paar 4,5 BT. Dann haben wir hier den Iris Studio 5 und den Iris Pro 6. Wie ich gerade schon angedeutet habe, haben wir uns diese Monitore alle mal im Vergleich angehört und auch mit anderen Monitoren verglichen. Und das Ergebnis war sehr erstaunlich. Die Frequenzbänder passen total gut zueinander. Also Hochtöner und Tieftöner harmonieren total gut. Besonders bei dem Pro 6, da werden wir später am Ende nochmal einmal drauf eingehen. Durch dieses koaxiale, vielleicht noch ein bisschen ungewöhnliche Design. Ihr seht das an diesem vorgehobenen Hochtöner. Hier haben wir einen unfassbar schönen Sticky Sound. Sehr, sehr großen Sweetspot. Also aus verschiedensten Perspektiven hört sich der Klang der verschiedenen Monitore sehr toll an. Und das hat uns bei dieser Serie sehr überzeugt. Wir beginnen einmal mit der kleinsten Variante, die jetzt hier auf dem Tisch steht. Das sind die 4,5 BT. Achtung, die gibt es auch noch als noch kleineres Modell. Das wären die 3,5 BT oder eben als etwas größeres Modell als 5er BT. Die Bluetooth-Funktion ist auf jeden Fall das Herzstück des Ganzen. Und das macht auf jeden Fall diese ganze Bluetooth-Serie aus. Das kennen wir von sehr wenigen Monitoren. Und das ist für mich persönlich unheimlich cool. Weil ich habe beispielsweise in meinem kleinen Home-Studio immer wieder das Bedürfnis mal zwischendurch, um alle Musik zu hören. Habe dann beispielsweise einen Laptop an einem Interface angeschlossen, um Musik zu hören. Aber hier kann ich jetzt einfach mein Handy pairn und dann Musik mit nur einer Streaming-Plattform hören. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Die 4,5er BT kommen direkt als Paar und haben 25 Watt Ausgangsleistung pro Seite. Der Woofer, der 4,5er BT, hat eine Größe von 4,5 Zoll und der Hochtöner 1 Zoll. Und das funktioniert in der Kombination sehr, sehr gut zusammen. Ihr werdet sehr überrascht, wenn ihr das erste Mal in diese beiden Boxen reinhört, was die einen Sound ausgeben können für diese unglaublich kleine Größe. Also im Größen- und Soundverhältnis passt das sehr, sehr gut. Und ja, ich war sehr überrascht, wie viel Power die doch haben. Der Frequenzgang ist für derartige Monitore völlig in Ordnung. Wir haben hier 70 Hertz bis 20 Kilohertz. Bei den etwas größeren Monitoren erreichen wir natürlich noch mal tiefere Frequenzen. Darauf kommen wir auch später noch mal zu sprechen. Nun wollen wir uns doch einmal auch die Anschlüsse und die Modalitäten der kleinen 4,5er BT einmal anschauen. Auf der Vorderseite sehen wir direkt, wir haben hier einen Power-Knopf. Da können wir natürlich unsere Monitore anschließen. Wir haben integriert einen kleinen Kopfhörerverstärker. Aux-In haben wir einmal die Möglichkeit, um ein Aux-Signal reinzuleiten. Und einmal, wie gesagt, einen Phones-Ausgang. Hier nochmal einmal das Bluetooth-Sign und natürlich einen Volume-Regler. Wenn wir die Ares 4,5 BT einmal umdrehen, haben wir hier ein paar Anombs, die uns bei unserer Einstellung helfen sollen. Denn wir haben hier in dieser Acoustic Tuning-Section die Möglichkeit, die Höhen und die Tiefen im Klang zu verändern, beziehungsweise auf- oder zuzudrehen. Also eine Art Zwei-Band-EQ. Dann haben wir Möglichkeiten, hier Signale reinzuschießen. Nämlich, wir haben einmal große Klinke für Balanced und Cinch-Eingang für Unbalanced. Das ist natürlich sehr cool, dass wir beide Möglichkeiten hätten. Monitore sind jetzt sehr klein. Generell wünsche ich mir aber bei Monitoren immer gerne einen XLR-Input. Auf der rechten oberen Seite finden wir den Pair-Button. Wenn wir hier draufdrücken, können wir beispielsweise unser Smartphone oder generell Mobile-Device mit diesen Monitoren hier verbinden. Und hier, ihr seht es schon, da ist die Verbindungsstelle, um den Speaker, der jetzt hier, das ist immer der linke, den eingebauten Verstärker hat, mit dem passiven Speaker zu verbinden. Presonus ist da, sehr kulant unterwegs, liefert uns direkt einmal ein Cinch zu AUX-Kabel dazu. Wir haben des Weiteren hier noch ein Boxenkabel bei den 4,5ern dabei. Auch sehr hochwertig, also kein einfaches Kupferkabel. Und wir haben auch nochmal ein ganz normales AUX-Kabel dazu. Das heißt, wir sind kabeltechnisch sehr gut ausgestattet. Bei allen Monitoren kommen selbstverständlich Netzteile direkt auch dabei. Die 4,5er BT haben eine 50-Watt-Endstufe hier im linken Speaker verbaut. Und diese Endstufe arbeitet mit einer B-Amping-Technologie. Was heißt das? Das bedeutet, dass die hohen und die tiefen Frequenzbänder jeweils beide verstärkt werden. Das sorgt für eine noch bessere Soundqualität. Wir haben im Grunde genommen einen gesplitteten Verstärker jeweils für zwei verschiedene Frequenzbänder. Und wir erreichen, ich habe es gerade schon gesagt, die beiden haben sehr viel Power, einen Schaltrückpegel von ungefähr 100 Dezibel. Für wen die kleineren Monitore hier auf meiner rechten Seite etwas uninteressant und zu klein sind, für den wird es jetzt spannend. Denn jetzt kommen wir zu unseren beiden größeren Brüdern. Die kommen eigentlich regulär nicht als Paar. Man kann sie natürlich auch als Paar erwerben. Aber wir haben die jetzt beide hier einzeln stehen, einfach erstmal, um nicht zu viel Platz hier zu verbrauchen und weil man die eben auch einzeln kaufen kann. Bei dem Pro 6 und bei dem Studio 5 ist es so, dass natürlich ein Netzteil für jeden einzelnen Lautsprecher dazu kommt. Also diese Möglichkeit, dass wir zwei Monitore miteinander verbinden müssen, die haben wir jetzt hier nicht mehr, beziehungsweise das gibt es bei diesen großen Monitoren nicht mehr. Die haben wirklich alle beide einen Verstärker selbst nur für sich eingebaut. Hier in der Mitte steht der Studio 5 und es gäbe auch noch eine noch größere Alternative zum Studio 5. Das wäre der Studio 8. Der hat nochmal einen größeren Tieftöner. Beim Studio 5 haben wir einen Tieftöner mit 5,25 Zoll und einen 1 Zoll Hochtöner. Die beiden schaffen zusammen schon relativ viel Power. Wir haben insgesamt einen Schaltrückpegel von 102 Dezibel und das macht sich auch wirklich sehr bemerkbar. Wenn wir zwei Boxen davon benutzen, dann haben wir für unser Studio zu Hause wirklich schon viel Power. Gerade in einem kleinen Raum machen die da schon sehr viel her. Die Studio 5 Monitore hier in meiner Mitte kommen mit einer besonderen IBM Technologie. IBM, das steht für Elliptical Bundary Modelled Waveguide und das sorgt dafür, dass der Schall gerichtet ist. Der Schall, der ist nämlich bei dieser Technologie hier so gerichtet, dass unser Sweet Spot, also der Punkt, an dem wir beispielsweise vor unseren Monitoren stehen und die Musik sich besonders gut anhört, beziehungsweise besonders so anhört, wie sie sich anhören soll, dieser Punkt ist sehr, sehr groß. Also gar kein Punkt mehr, sondern im Grunde genommen wirklich ein etwas größerer Raum. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, denn so ist der Sound auch dann richtig gut, wenn unsere Monitore mal nicht perfekt ausgerichtet sind. Das Frequenzspektrum bei den Studio Monitoren, also bei dem Studio 5 hier, ist wirklich unfassbar breit. Wir haben 48 Hertz als tiefste Frequenz und das ist unfassbar tief. Also dafür, dass wir jetzt keinen Sub hier stehen haben, sondern wirklich einfach nur ein Monitor, ist 48 Hertz, ist eine sehr tiefe Frequenz, die mich sehr überrascht hat. Und das merkt man auch, wenn ihr den im Studio aufgebaut habt und auch basslastige Songs spielt, dann ist der Sound gerade in den Tiefen sehr präzise und das macht wirklich Spaß, dann auch mit diesen Monitoren zu arbeiten. Wenn wir uns einmal hier die Rückseite des Ganzen anschauen, dann kommt uns das relativ ähnlich zum 4,5er vor. Wir haben aber noch ein paar zusätzliche Sachen. Hier ist die Einstellung für Mitten und Höhen. Wir haben hier auch die Möglichkeiten Low Cut Off, also dass die Tiefen abgeschnitten werden einzustellen und Acoustic Space. Das bedeutet, man kann die Höhen absenken, womit wir beispielsweise ein insgesamt tiefenlastigeres Gesamtergebnis erzielen können. Wir haben hier auch unseren Standby und Gain Schalter und als Eingänge mein gewünschter XLR Eingang, ein Balanced Eingang mit großer Klinke und ein Unbalanced Eingang mit kleiner Klinke. Farbeaut ist beim Studio 5 ein 80 Watt Amplifier, ein 80 Watt Verstärker. Auch mit dieser Bi-Amping-Technologie bedeutet wieder einmal, dass zwei unterschiedliche Frequenzbänder unabhängig voneinander verstärkt werden, was zu einem besseren Klangergebnis führt. Bei den größeren Modellen hat PreSonus sich nicht lumpen lassen und auch einige Schutzmechanismen eingebaut. Beispielsweise haben wir einen Power Saver Modus. Das bedeutet, nach 40 Minuten wird ein Power Saver Modus aktiv und wir können Strom sparen. Es gibt außerdem auch für Hitze einen Modus, wo sich das Gerät abstellt. Was das angeht, gibt es auch noch mehrere Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel auch einen eingebauten Infraschallfilter. Schaut euch da nochmal gerne die Specs an. PreSonus hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Schutzmechanismen wirklich sehr umfassend greifen und dass ihr keine Sorge haben müsst, dass euch diese Monitore schnell kaputt gehen. Kommen wir nun zum größten der Monitore, die wir hier gerade aufgestellt haben und auch so ein bisschen zum Herzstück des Ganzen, nämlich der Pro-Serie, der Eris-Serie, also der Eris Pro 6. Es gäbe tatsächlich auch noch den Eris Pro 8. Der ist dann nochmal der große Bruder von diesem hier. Verbaut ist bei dem Eris Pro 6 ein 6,5 Zoll Tieftöner und ein 1,25 Zoll Hochtöner. Wenn wir uns den Pro 6 einmal von oben bzw. vorne anschauen, dann fällt uns direkt dieses koaxiale Design auf. Wir haben als Design eine Punkt-Audio-Quelle und dadurch, dass dieser Hochtöner hier direkt über dem Tieftöner liegt, haben wir eine extrem gute Phasenkohärenz. Die Frequenzbänder harmonieren total gut miteinander und das sorgt natürlich für einen super Sound. Ich war erst ein bisschen skeptisch, habe das Ding dann angetestet und es klingt wirklich hervorragend. Durch dieses Design haben wir auch nicht zu vergessen einen noch größeren Sweet Spot als bei dem Studio 5. Also der Raum, in dem wir uns bewegen können, wo sich der Sound sehr, sehr gut anhört von diesem Pro 6 Monitor, ist extrem groß und überraschend groß. Des Weiteren haben wir hier auf der Rückseite, ich drehe euch das Ganze mal, damit ihr es sehen könnt, eigentlich genau das gleiche User Interface wie auch bei den Studio Boxen. Also bei dem Studio 5. Also der Pro 6 kommt auch mit einem Gain, mit High, einem Low Cut-Off, einem Acoustic Space zum Höhenabsenken, dem Stand-By-Button und auch den gleichen Inputs. Natürlich auch mit XLR. Das freut mich natürlich ungemein. Ist für mich aber auch auf jeden Fall mittlerweile ein Must-Have. Die Pro 6 sind noch krasser vom Frequenzspektrum. Wir kommen bis zu 35 Hertz nach unten. Das heißt, die Tiefen sind wirklich sehr, sehr toll abgebildet und mit diesem koaxialen Design zusammen haben wir Höhen und Tiefen ideal miteinander verbunden. Das Sound-Erlebnis ist dementsprechend sehr cool. Einer dieser Speaker schafft einen Schalldruckpegel von 106 Dezibel. Wenn ihr den wirklich in eurem kleinen Studio total auftritt, dann fliegen euch die Ohren weg. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, ob man dieses Speaker hier gerade diese Pro 6 auch aufhängen kann, das kann man bei den kleinen und bei den Studio 5 tatsächlich nicht. Bei den Pro 6 gibt es auf den beiden Seiten jeweils Montagepunkte zur Decken- bzw. Wandmontage. Wir haben eine 140 Watt Endstufe hier in diesem Speaker verbaut, in diesem Pro 6 verbaut und natürlich auch die ganzen Schutzmechanismen, die in dem Studio 5 auch verbaut sind. Für wen ist jetzt was geeignet? Die 4,5er sind auf jeden Fall ein Einsteigermodell. Sehr günstig und in der Preisleistung unschlagbar. Wir haben hier zwei sehr gut klingende und auch vom Schalldruck sehr laute kleine Speaker, die gerade für den Einsteiger perfekt sein können. Wenn ihr schon ein bisschen erfahrener seid, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen wollt, dann greift zum Studio 5. Der liefert euch noch mehr Schalldruck, sehr satte Tiefen, ihr kommt da sehr in den tiefen Bereich und ist beispielsweise in einem Stereo-Setup wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Der Pro 6 ist natürlich der Profi-Speaker, unter denen die hier stehen. Der eignet sich auch in irgendwelchen Dolby Atmos-Setups, aber eben auch als Stereo-Speaker super geeignet. Generell könnt ihr das Ganze auch mit den Subs von PreSonus erweitern und das ist natürlich eine coole Möglichkeit, um beispielsweise ein größeres Setup aufzubauen. Wie ich gerade schon gesagt habe, gerade bei Dolby Atmos macht das natürlich Sinn, mehrere Speaker vielleicht auch mit mehreren Subs zu verbinden und so eben noch ein besseres Lautstärke- bzw. Sounderlebnis zu haben. Das ist natürlich bei unterschiedlichen Bedürfnissen immer individuell. Ich hoffe, diese kleine Produktvorstellung hat euch gefallen. Wenn ihr Interessen oder Fragen habt an den Monitoren, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir bemühen uns natürlich schnellstmöglich alles zu beantworten, wünschen euch alles Gute und freuen uns natürlich auch, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Macht's gut, ciao! Bis zum nächsten Mal.